Hallo ihr Lieben, das ist das erste von zwei Videos in einem relativ abgehetzten Modus, wo ich eigentlich gerade diese beiden Themen nur ungern mache, aber wie immer, manchmal wird es auch besser als ich denke und ich sage dann immer zu mir selber, besser schlecht als gar nicht, vielleicht ist das falsch. Also hier das erste von zwei Videos und das erste hier ist zum Demokratiebegriff oder zur Bezeichnung Demokratie und ich stütze mich halt hier sehr auf die Sichtweise des belgischen Historikers David van Rehbruck, der mit Nachdruck darauf hingewiesen hat, dass beginnend mit dem Ende des 18. Jahrhunderts und dann im Verlauf des 19. Jahrhunderts der Begriff der Demokratie einen wirklich fundamentalen Bedeutungswandel erfahren hat, so weitgehend, dass sozusagen die Zeiten vor diesem Zeitraum, das was später Demokratie genannt wurde und was auch heute Demokratie genannt wird, niemals Demokratie genannt hätten. Also es kam zu einer, also wenn man es freundlich sagt, zu einem Begriffswandel und zwar zu einem drastischen Begriffswandel, fast zur Verkehrung ins Gegenteil, wenn man es böser ausdrückt, zu einem Etikettenschwindel. Und das kann man gut nachlesen bei David van Rehbruck. Es gibt ein Kurzvideo dazu in englischer Sprache. Es gibt das schöne Buch gegen Wahlen, wenn man es nachlesen will. Die meisten Leute, die es gelesen haben, sagen, das ist ein krasses Buch. Viele Leute, die solche Bücher auch nicht gerne lesen, sind echt geflasht von dem. Das ist so meine Erfahrung aus der Empfehlung. Also was mir dann Leute an Feedback gegeben haben, die das Buch sich dann mal reingezogen haben. Also das ist wirklich eine Veränderung der Perspektive und das war es bei mir teilweise auch. Das ist aber der erste Teil. Also Demokratie, was wir heute Demokratie nennen, einfach ist eine fragwürdige Bezeichnung. Jetzt wird es noch viel komplexer, weil der Begriff Demokratie ist nicht erst in den letzten Jahrhunderten sozusagen auf eine gewisse Weise verdorben worden, sondern es reicht viel weiter zurück bis eben in die Antike, was dort passiert ist. Und dann muss man immer auf das Gleiche hinweisen. Erstens, als diese eigenartige Verfassungsform entstanden ist, die man dann rückblickend attische Demokratie genannt hat irgendwann, ist sie selber nicht unter der Bezeichnung Demokratie gelaufen. Und das war wahrscheinlich gut so oder aus gutem Grund so. Die ursprüngliche Bezeichnung für diese Staatsform war Isonomie, angelehnt an die davor zurückliegende Eunomie, die unter Solon entstehen kann. Und was ist Eunomie? Man könnte es sehr flapsig übersetzen mit gute Ordnung und das gute Gesetz, das war tatsächlich von Solon noch als ewiges Gesetz gedacht. Und die Weiterentwicklung, wenn man das so nennen will, war eben dann die Isonomie, die durch die Partei des Kleisternes verfassungsmäßige Form bekommen hat. 508, 507 vor Christus und zu diesem Zeitpunkt war nirgendwo von Demokratie die Rede. Zumindest nach meinen Informationen ist es in den Quellen nicht auffindbar. Also man hat nicht gesagt, wir machen jetzt Demokratie. Was man gemacht hat, ist, man hat eine Ordnung eingeführt, wo man eigentlich ein ganz anderes Problem adressiert hat. Man hat nämlich gesehen, dass die ständigen Kämpfe in der Polis Athen wahrscheinlich nur zum Erliegen gebracht werden können. Und das war eben schon eine Einsicht Solon, die Solon früher hatte. Wenn sich mehr Menschen auf eine neuartige Weise am politischen Geschehen aktiv beteiligen. Und um das hinzukriegen, hat man eben diese kleisternischen Reformen durchgeführt, die zu einer Isonomie geführt haben. Und damit auch zu einer gleich, Isos ist das Gleiche, zu einem gleichen Einfluss auf das Gemeinwesen, zu einem gleichen Teilhabe, zu einem gleichen Aktivitätsgrad der Bürger, zu einer gleichen Nähe zur Polis selbst. Sodass nicht manche Bürger politischer waren als andere. Diese Redeweise wäre in den Griechen in der Zeit sehr absurd vorgekommen. Sondern die bürgerliche Gleichheit war halt eine gelebte Praxis, indem man eben anfing, 508, 507 vor Christus zu losen. Und dieses Losen war absolut zentral für diese Reform. Das ist kein Randphänomen dieser Reform gewesen. Und rückblickend, zumindest aus meiner Sicht, sieht es dann so aus, dass allein durch die Begriffsprägung Demos plus Kratain, Demokratie, Herrschaft des Volkes, ein Denken freigesetzt wurde, was gerade für das, was die Isonomie wollte, hochgradig unproduktiv oder kontraproduktiv war. Das heißt, man hat eigentlich das ganze Politische plötzlich zu einer Herrschaftsfrage gemacht, zu einer Frage, wer soll herrschen. Während die ursprüngliche Intention dieser Reform war, dass man eigentlich nicht mehr die Herrschaftsfrage stellt, dass es nicht mehr um Herrschaft, dass es überhaupt in der Politik gar nicht um Herrschaft gehen darf, sodass man geradezu von einem wechselseitigen Ausschlussverhältnis reden könnte. Also nach der Devise, wo Politik ist, wo politisches Geschehen ist, ist keine Herrschaft. Und wo Herrschaft ist, ist keine Politik. Und in diesem Kontext dann von Demokratie, also Herrschaft des Volkes zu reden, ist tendenziell begrifflich eine reaktionäre Begriffsprägung. Das heißt, die Leute, die dann sehr gerne über Demokratie geredet haben, waren Leute, die eigentlich die Form, also das, was es bezeichnet hat, die Institutionen abgelehnt haben und wieder zurück zu alten aristokratischeren Formen wollten, ja, zu einem Geschehen, das von wenigen bestimmenden Gestalten gestaltet wird und das eben dann wieder ganz viele Menschen in der Polis in eine Passivität, in eine politische Passivität oder eine Art Konsumentenhaltung, würden wir vielleicht heute sagen, zurückdrängt. Genau diese Leute reden gern über Aristokratie versus Demokratie und benutzen halt den Begriff der Kratie, also der Herrschaft. Und darum ging es ursprünglich aber nicht. Und das hat also meines Erachtens, dass die ganzen politischen Diskurs Europas, auch die ganze politische Theorie Europas, auf ein falsches Gleis gesetzt, sodass plötzlich eben die falschen Fragen gestellt wurden, auch über die falschen Dinge nachgedacht wurde und die sehr viel produktiveren Ansätze, die man eben mal hatte im 6. und 5. Jahrhundert vor Christus in Athen, dass die verloren gegangen sind. Also man hat sozusagen die Frage verschoben zu einer Frage, wer soll herrschen? Und man kann das natürlich nachweisen, auch bei von mir sehr positiv zitierten Leuten wie Eichylos, also wo dann der Historiker, auf den ich mich am meisten stütze, nämlich Christian Mayer, eben sagt, also ich habe das hier in einem wunderschönen Buch, Athen, auf Seite 343 ist das, wo er dann sagt, so ungefähr im Jahr 463 vor Christus ist das dann zum ersten Mal nachweisbar, eben einem Stück von Eichylos in den Hyketiden, ist dann sehr, sehr prägnant von Demokratie die Rede und wird das sehr betont. Und normalerweise beziehe ich mich halt sehr positiv auf Eichylos als jemand, der eben auch zu den Reflektierteren in der Zeit gehört, auf die wir uns mehr positiv stützen können, wo wir besser anknüpfen können. Aber das ist einfach eine Entwicklung gewesen, die war höchst ungut. Ja, es wäre wahrscheinlich besser gewesen, man hätte den alten Begriff der Isonomie beibehalten, weil er einen ganz anderen, wie soll man sagen, einen ganz anderen Denkrahmen vorgibt, worum es eigentlich geht in der Politik, worum sich das Politische dreht, was denn auch der Zweck von Politik ist und eben auch jener institutionellen Formen, die wir dann rückblickend irgendwann angefangen haben, die attische Demokratie zu nennen. Ja, also das heißt, die Gemengelage rund um den Begriff Demokratie ist hochgradig komplex, es kommt zu mehreren Bedeutungswandel und diese Bedeutungswandel oder auch die Einführung des Begriffs in der Antike sind hoch problematisch und alles andere als einfach, das ist halt so. Ja, und das führt eben dazu, dass dann eben Leute, die sich zum Beispiel eben anschauen, was hat man da in der Antike eigentlich gemacht und was machen wir heute, zu dem Schluss kommen, dass man sollte diesen beiden Vorgängen nicht den gleichen Namen geben. Also man sollte nicht sagen moderne Demokratie und attische Demokratie, weil egal wie wir es nennen, es ist so unterschiedlich, dass es einfach nicht den gleichen Namen verdient hat. Das sind hoch unterschiedliche Verfassungsformen. Warum wir das eine Demokratie nennen und das andere Demokratie nennen, ist einfach nicht naheliegend. Und natürlich habe ich auch mit dem Gedanken gespielt, den Begriff Demokratie einfach aufzugeben. Das bin ich ja auch nicht der Erste. Manche haben dann angefangen, von Demarchie zu reden oder mit Beifügungen zu arbeiten, wie zum Beispiel aliatorischer Demokratie oder deliberativer Demokratie. Wahrscheinlich wäre es gut, das Ding, um was es eigentlich geht und was also ein echter Fortschritt auch für uns wäre, tatsächlich Isonomie zu nennen. Das ist nur so ein Außenseiter- und Nischenbegriff, dass er wenig Chance hat, irgendwie Verbreitung zu finden. Und im Prinzip hat Demokratie ja noch einen relativ guten Ruf. Viele diagnostizieren dann eben eine Krise der Demokratie. Und wenn man jetzt aber sagt, das in der Antike war Demokratie, dann müsste man sagen, das eben heute ist keine Krise der Demokratie, denn wir haben noch gar keine Demokratie, nicht im antiken Sinne. Also kann sie auch nicht in der Krise sein. Sondern diese Formen, die wir in der Antike finden, werden eigentlich die Lösung für die Krise, die wir jetzt haben. Und insofern wäre, so verstanden der Begriff Demokratie, dann Demokratie die Lösung. Das kann man aber nur annehmen, wenn man begreift, dass man derzeit noch nicht in einer Demokratie lebt. Und gar nicht jetzt vorwurfsvoll oder so, sondern rein analytisch, ganz nüchtern gesprochen. Also was ist denn was? So ganz so, erst mal feststellend, so ganz technokratisch vielleicht. Und das Ganze ist aber so aufgeladen und wird halt so in einem so auch, wie soll man sagen, unversöhnlichen, verkrampften Kontext geführt, das ganze Gespräch oder wenn man es überhaupt Gespräch nennen will, die ganze Debatte, dass es sehr schwer ist, in diesem Kontext öffentlich gut zu agieren. Und ich, also wie man vielleicht merkt, ringe um Worte und spiele mit Worten eigentlich halt aus der Not. Und es gibt keine so richtig gute Lösung zum Umgang mit diesem Begriffsproblem. Ja, wir können halt historisch feststellen, bestimmt sozusagen die Fakten, also da ist einfach der Begriff Demokratie noch nicht nachweisbar in der Antike, rein faktisch nicht. Und dann können wir halt auf Äußerungen, wie wir sie eben haben, im 18. Jahrhundert, im 19. Jahrhundert, rein begriffsgeschichtlich hinweisen und darauf hinweisen, dass die Aussagen in der Zeit sich anfangen zu verändern und sehr einen großen Unterschied dazu machen, wie davor über diese Staatsformen geredet wurde und wie der politische Diskurs da war. Und dass da auf jeden Fall, egal wie man das dann bewertet und welche Schlüsse man dann begriffstechnisch daraus zieht, einfach faktisch eine Begriffsverschiebung zu konstatieren ist, einfach festzustellen ist. Das ist einfach so und ist auch kaum bestreitbar, rein historisch betrachtet nicht. Die Frage ist halt, was ist die Konsequenz für uns heute? Ich habe am Ende ganz praktische Fragen. Was machen wir denn heute? Dass wir eine Gesellschaft brauchen, die in der Politik lost, steht für mich tatsächlich außer Frage, jenseits der Begriffe, wie wir das dann nennen. Ob wir das dann Demachie nennen, Isonomie nennen, deliberative Demokratie nennen, aleatorische Demokratie nennen oder einfach sagen, das wäre die wahre Demokratie. Egal, wie wir das nennen, ob wir jetzt den Begriff positiv besetzen oder negativ besetzen, ob wir ihn weiter benutzen oder ganz bewusst nicht weiter benutzen. Es geht um die Sache. Aber natürlich kann man die Sache ohne Worte nicht verhandeln. Also braucht man Worte und Begriffe und Bezeichnungen. Das Einzige, was man eben feststellen kann, ist, dass die Antike ein größeres Bewusstsein hatte, ganz offensichtlich für das Problem der Stasis und der ständigen Kämpfe in der Polis, die man bewusst nicht politisch institutionalisiert hat. Das heißt, in der Kurzform, man hat diese Staatsform, wie auch immer wir sie dann nennen, ich nenne sie jetzt mal Isonomie, man hat die Isonomie nicht über politische Parteien gespielt und das aus gutem Grund nicht, aus Einsicht nicht, während wir uns in der Moderne dann dafür entschieden haben, Parteien zu einer verfassungsmäßigen Form zu machen, politische Parteien. Und das heißt nicht, dass es in der Antike keine Parteien gab, aber sie wurden nicht als politische Entitäten betrachtet, nach meiner Analyse, sondern als private Entitäten. Sie waren die Ausgangslage, sie waren das Problem, eben nicht die Lösung. Und wir haben versucht, Parteien zu Teil der Lösung zu machen. Und das ist ein Vorgang, eine institutionelle Entscheidung, eine verfassungsmäßige Entscheidung, die erkennbar schlecht funktioniert. Und da geht es wieder, jetzt rein um technokratisches Denken. Also was funktioniert besser, was funktioniert schlechter, so wie halt Techniker das sehen, die halt auch ausprobieren. Ja, so kann man sich so ganz bescheuert vorstellen, was weiß ich noch, im Bereich der Mechanik vielleicht sogar, ne, nehme ich den Schraubenschlüssel oder nehme ich den Schraubenschlüssel, welcher passt denn besser? Ja, oder nehme ich den Hammer oder nehme ich den Hammer, ich habe hier verschiedene Tools und welches Tool, also so in dem Sinne technokratisch. Und das ist natürlich immer die Frage, was ist denn das Problem überhaupt, was man lösen will? Ja, und da ist die Moderne sehr fixiert auf Vermeidung von Diktatur, Vermeidung von Tyrannis. Und das ist ein Nebeneffekt von der Staatsform, die wir da in der Antike vorfinden, also dem, was da in Atteka entstanden ist. Aber erkennbar ist das Primärproblem nicht Tyrannisvermeidung gewesen, nicht Diktaturvermeidung, wie man das oft sich denkt heute. Das Primärproblem war die Stasis. Das Primärproblem waren die Kämpfe in der Polis und das halt nicht mal ausnahmsweise, sondern beständig. Und eben die Einsicht der damaligen Verfassungsreformer, also von Leuten wie Solon, Leuten wie Kleisternes, dass diese ständigen Kämpfe für die Polis Athen hoch unproduktiv sind und zu einem strukturellen Ende geführt werden müssen. Und wenn man sagt, strukturell heißt das immer institutionell, dass man Institutionen brauchen würde, um diese Kämpfe gar nicht erst entstehen zu lassen, sie also schon aufzufangen, immer entstehen und also ihr Formen des Zusammenlebens entgegenzusetzen, die dann also als Struktur gegen diese Gruppendynamik, die innerhalb Athens vorher geherrscht hatte, stehen und zwar wirksam stehen. Darum ging es. Und wenn wir also heute der Meinung wären, theoretisch, ich weiß ja nicht, wie ihr da über die Dinge denkt, aber wenn ihr auch der Meinung wärt, dass diese Kämpfe, die wir haben heute in unseren modernen Gesellschaften, hoch unproduktiv sind und zwar für alle, dann sind die Lösungen, auf die man damals in der Antike gekommen sind, hochinteressant, weil sie so ganz anders sind als alles, was wir bisher in der Neuzeit, in der Moderne machen. Das steht außer Frage. Dass das, was die Griechen da gemacht haben, etwas ist, was wir in der Neuzeit noch nicht mal ansatzweise überhaupt probiert haben, ist außer Frage. Das sind Fakten. Und dann kann man sagen, ja immer, ja das waren kleinere Verhältnisse und das war kulturell gebunden und tralala, kann man alles sagen. Aber man kann auch feststellen, wir haben schon sehr vieles ausprobiert politisch in der Neuzeit. Das meiste davon hat einen katastrophalen Verlauf genommen oder nimmt jetzt gerade derzeit einen katastrophalen Verlauf. Aber es gibt etwas, was wir noch nicht probiert haben. Und das ist eine Staatsform, sage ich jetzt mal ganz neutral, eine Verfassung desjenigen Typs zu schaffen, den wir in der antiken, griechischen, attischen, athenischen Demokratie vor uns sehen. Einer Gesellschaft, die auf bewusste Politisierung ihrer Bürger setzt, auf aktive Teilnahme am Geschehen, in Formen, die letztlich in unmittelbarem Kontakt bestehen und in der Setzung einer Gleichrangigkeit, wie sie nur durch die Institution des Losens, nur durch die Institution der Zufallsauswahl überhaupt gestiftet werden kann, stabil. Und das ist etwas, was noch keine Gesellschaft gemacht hat in der Moderne. Also wir wären die Ersten, die das in dem Maßstab ausprobieren. Und heute wahrscheinlich auch noch mal viel konsequenter, nämlich eben nicht unter Ausschluss von Zugrosten, also Zugezogenen, nicht unter Ausschluss von Frauen und nicht unter Ausschluss von Sklaven. Also wir würden, wenn wir heute losen, sehr viel weiter gehen in der Inklusion. Und das hätte sicher auch einen Effekt und nach meinen Analysen einen sehr positiven Effekt. Also wir hätten verschiedene Baufehler, Konstruktionsfehler, die auch die antike Staatsform hatte, hätten wir heute nicht, weil wir, wenn wir heute losen würden, aus einem viel größeren Pool von Menschen losen würden und dadurch also eine viel größere Diversität im Prozess hätten und um es sehr konkret auszusprechen, vor allem sehr viele Menschen, die tagtäglich Care-Arbeit machen im politischen Prozess hätten als aktive, gleichberechtigte, mitbestimmende und dass das, wenn man also die Care-Arbeiter in dieser Welt gleichrangig an dem politischen Geschehen beteiligt, dass das einen Effekt hätte, der sehr positiv wäre für alle, das scheint mir außer Frage zu stehen. Und man kann jetzt umgekehrt von meinem komischen Standpunkt aus immer fragen, okay, wenn ihr jetzt kein Fan seid dieser Idee, das Losverfahren zum Rückgrat unseres Staates zu machen, zum Rückgrat unserer Verfassung zu machen, zum zentralen Geschehen unserer Politik zu machen, sodass geloste Versammlungen die eigentlichen politischen Zentren der Gesellschaft sind, auch die eigentlichen Machtzentren sind in der Gesellschaft. Wenn ihr das nicht wollt, dann wäre meine Rückfrage an euch, wie wollt ihr denn sonst all die Care-Arbeiterinnen ins politische Geschehen einbinden? Weil derzeit finden die dort nicht statt. Derzeit läuft es ja so, wir haben Politik weitestgehend professionalisiert und auch, dass wir es professionalisiert haben, sind eigentlich alle, die Care-Arbeit machen tagtäglich raus. Warum? Weil das sich ausschließt, rein krafttechnisch, zeittechnisch, aufmerksamkeitstechnisch. Wenn du zwei kleine Kinder zu Hause hast oder wenn du kranke Eltern pflegst oder einfach auch nur vielleicht einen Partner hast, der eben, was weiß ich, in einer Krankheit leidet oder eine bestimmte Form von Behinderung hat oder anders wie stark gebunden bist im Privaten, wirst du in der Berufspolitik nicht auftauchen, systematisch nicht. Warum? Weil ein Mensch das einfach nicht gleichzeitig wuppen kann. Ja, ganz neutral gesprochen. Das spricht auch für zum Beispiel die wenigen alleinerziehenden Väter werden auch nicht in der Politik auftauchen, weil sie gebunden sind durch Care-Arbeit. Und das heißt, faktisch haben wir ein politisches System geschaffen, das unter anderem, neben vielem anderem, was es schlecht macht, Menschen, die in Care-Tätigkeiten sich privat engagieren, nicht in der Politik aktive, mitgestaltende, mitbestimmende auftauchen können. Und das ist schlecht für alle. Ja, weil diese Leute sind nah dran an ganz bestimmten Problemen, die zentrale Probleme der Gesellschaft an sich sind. Dass diese Menschen in der Gesellschaft politisch nichts zu sagen haben, also nicht mitdesignen, wenn wir eben darüber uns unterhalten, welche Form unsere Gesetze haben sollen, dass sie nicht mitbestimmen, wenn wir darüber über konkrete staatliche Einzelmaßnahmen reden, dass sie nicht mitbestimmen, wenn es darum geht, wie wir denn unsere gemeinsamen Mittel verwenden, also unsere Steuermittel, dass sie nicht mitentscheiden, wenn es darum geht, wie wir denn unsere gewählten Berufspolitikerinnen kontrollieren, dass sie bei all dem nicht dabei sind und auch gar nicht dabei sein können. Das ist ein riesiges Problem für alle. Es hat extrem viele negative Effekte. Und insofern ist also meine Rückfrage, wenn man also findet, Losverfahren ist irgendwie eine weirde Idee, ist eine komische Idee, den Staat wie in Athen ab 5.8, 5.7 von Christus zentral auf dem Losverfahren aufzubauen, wenn man das nicht will, wäre meine Rückfrage, welche anderen Lösungen habt ihr denn? Und bisher sehe ich keine. Ich sehe so ganz komische Vorschläge, die aber alle nicht den Effekt hätten, um den es geht. Und ich könnte jetzt durchdeklinieren, was ich alles kenne, ich spare mir das, ich will ja hier niemanden anpissen. Ich würde nur sagen, prüft mal eure eigenen Ideen, eure eigenen Verbesserungsideen, ob sie dann diesen durchschlagenden Effekt hätten, den das Losverfahren hätte. Ja, realistischerweise. Weil, wenn das Losverfahren normalisiert wird, bis dahingehend, dass es einfach eine Pflicht zur politischen Teilnahme gibt, dass es einfach normal ist, gehört zum Leben dazu, man muss halt auch seine Bürgerpflicht bringen, und zwar als aktiver Teilnehmer an Gesprächen, ohne dass eben vorgegeben ist, weil man eben Teil von der Partei wird oder so, was man da zu sagen, zu denken oder zu beschließen hat. Darum geht es nicht, es geht einfach nur um die Pflicht der Teilnehmer an sich und dann bringt man sich ein als Mann selbst oder als Frau selbst, ja, mit den Ansichten, die man aus seinen oder Frau aus ihrem privaten Alltag mitbringt, ja. Und das ist was ganz anderes, als was wir derzeit machen. Derzeit musst du halt in eine Partei gehen, in den meisten Fällen oder eine Bewegung gründen oder sowas, hochproblematisches und dann greift relativ schnell die Parteidisziplin, ja, dass man eine Außendarstellung hat und dann muss man halt mitstimmen mit Sachen, die man gar nicht so sehr befürwortet, um eben nicht die eigene Partei zu schädigen und so. Das ist jetzt kein Vorwurf von mir, das ist wieder Teil einer strukturellen Analyse und von Problemen, die das politische System einfach hat, mit dem wir uns derzeit halt versuchen zu behelfen. Und das sind technisch unlösbare Probleme in diesem System, mit diesen Institutionen, während halt ein System, das auf gelosten Versammlungen beruht, ganz andere Möglichkeiten hat. Und dann kriegen wir also ein System, in dem es einfach normal wird, sich politisch zu beteiligen, unabhängig davon, was jetzt privat bei einem so los ist oder nicht. Und wenn es dann Probleme gibt, warum also ganz bestimmte Menschen trotzdem nicht in der Politik auftauchen, kann man vorsätzlich Lösungen dafür finden. Also man kann Lösungen finden für Leute, die durch Care-Arbeit gebunden sind, man kann Lösungen finden für Leute, die verschiedene psychische und physische Behinderungen haben, man kann Lösungen finden für sehr alte Menschen, man kann Lösungen für sehr junge Menschen, für sehr arme Menschen, für sehr, sehr beruflich gebundene Menschen, für all diese Menschen können wir Lösungen bauen, sodass sie sich politisch beteiligen können, wenn wir den Vorsatz haben, dass wir das für notwendig erachten, dass sich bitte alle Menschen gleich viel am politischen Prozess vermittelt über das Losverfahren beteiligen sollen. Wenn wir sagen, das ist zentral, damit es uns allen gut geht, dass wir eben eine Gesellschaftsform haben und vielleicht nennen wir sie Demokratie, vielleicht nennen wir sie auch anders, Isonomie oder wie auch immer, dass wir für diese Staatsform sozusagen, wenn wir das begreifen, das ist zentral, dass alle gleich viel, gleich stark sich an Politik beteiligen, dann werden wir für die einzelnen verschiedenen Sonderfälle Lösungen bauen, Lösungen finden, die funktionieren. Wir werden die Leute also einfach fragen, was braucht ihr denn, um euch vorstellen zu können, beständig genauso viel wie eure Mitbürgerinnen an Politik zu beteiligen? Was müssen wir euch für Wege bahnen, damit ihr auch in die Politik könnt? Und nicht, dass wieder zu einem Privileg wird, zu einer Sache der wenigen Politik zu machen. Wie müssen wir das Ding aufsetzen? Das kann man Menschen fragen und Menschen haben dann Antworten darauf. Aber es lebt halt alles von der Einsicht und dem Vorsatz, dass wir das brauchen und solange wir das nicht denken und so, Entschuldigung, haben die Väter unserer modernen Verfassung nicht gedacht, nachweislich nicht. Sie gingen von einer Art natürlichen Aristokratie unter den Menschen aus, so reden die sogar, wörtlich, und gingen davon aus, dass also für das Politgeschehen immer nur bestimmte, besondere Menschen geeignet seien. Das ist ein grundaristokratisches Denken, was am Anfang der modernen Verfassung entsteht. Das ist alles möglich, aber es ist nicht ein Denken, das sagt, wir brauchen alle Menschen in der Politik als Teilgeber, als aktive Partizipanten, als unmittelbare. Nee, man hat gedacht, viele sind unbegebildet, viele sind unfähig und deswegen muss man die Leute aus der Politik raushalten. So haben die Väter der modernen Verfassungen gedacht, nachweislich. Und dass das uns unter heutigen Bedingungen in tausend Probleme reinführt und dass wir das also auch nie aufgearbeitet haben, nie revidiert haben, fällt uns heute tierisch auf die Füße. Also es gibt Arbeit zu tun, begriffliche Arbeit, institutionelle Arbeit, weil wir sozusagen die Fehler, die am Anfang der Neuzeit stehen, am Anfang der Moderne stehen, bei der Aufsetzung des Politischen, bei der Konstruktion des Politischen einfach korrigiert werden müssen unter heutigen Bedingungen. Wir können so nicht weitermachen. Wenn wir so weitermachen, reiten wir uns gemeinsam nicht in den Sonnenuntergang, in den Untergang. Wir sind selber sozusagen Opfer unserer selbst und wir sind auch natürlich ein Stück weit immer Opfer unserer eigenen Geschichte, weil wir sozusagen da einige Dinge ganz zentral anders machen müssen als bisher und das fällt uns teilweise sehr schwer, uns auch von unseren eigenen Vorurteilen zu lösen. Von Dingen, die wir also nie mal, wo wir mal den Stein umgedreht haben und mal nachgeschaut haben, was liegt denn da drunter? Und also bei allem, was man wirklich gegen mich aus guten Gründen sagen kann, ein Stück weit habe ich mir diese Arbeit schon gemacht. Also ich habe mir selber sehr schmerzhafte, für mich selber sehr schmerzhafte Erkenntnisse zugemutet. Ich bin so ein bisschen Masochist immer gewesen und das hat mir aber auch halt geholfen, eigene Denkformen halt immer wieder hinter mir lassen zu können, wo ich mal total überzeugt war, das und das und dann bin ich dann halt an Punkte gekommen, wo ich dann das umwerfen musste und sagen musste, das war wohl schon mal was ich bisher gedacht hatte. Und jetzt bin ich halt ein ziemlicher Ideologe und Demagoge geworden, ganz schlimm und Dogmatiker vor allem, also wo ich halt der Meinung bin, wahrscheinlich werde ich das, was ich jetzt gerade denke, wahrscheinlich in diesem Leben nicht mehr umwerfen. Ich bin fest überzeugt, dass wir das Losverfahren brauchen und zumindest momentan kann ich mir nichts vorstellen, was mich von diesem Gedanken wieder runterbringen könnte. Es scheint mir so zentral zu sein, dafür, dass irgendwas besser werden kann, sodass ich mittlerweile auf dem ganz komischen Standpunkt stehe, ohne das Losverfahren in der Politik ist alles nichts. Ja, ist alles nichts wert, ist alles umsonst. Und mit dem Losverfahren allein wird natürlich auch nicht alles gut oder einfach super oder so, aber es ist sozusagen wirklich eine Minimalbedingung. Ja, bevor wir nicht losen in der Politik, können wir alle anderen Ansätze wirklich vergessen. Davor ist gar nichts möglich, weil wir immer, immer diese Streitformen kriegen, immer diese Privilegien kriegen und dann als Antwort auf diese Privilegien immer Kämpfe um Privilegien kriegen. Und damit kriegen wir genau das, worauf diese antike Staatsform mal geantwortet hat, wir kriegen Stasis. Wir kriegen beständige Kämpfe in der Polis und genau da sind wir heute. Wir sind eine sich selbst bekämpfende Gesellschaft und das ist nicht gut für uns. Ja, wir Menschen mögen durchaus mal kämpfen, aber wir mögen das als vorübergehenden, begrenzten Vorgang, in sich begrenzten Vorgang. Was wir kriegen sind entgrenzte, beständige Kämpfe und das tut niemandem gut. Auch der größte Streithansel sehnt sich irgendwann nach Ruhe und Frieden oder danach, dass die Kämpfe auch einfach mal entschieden sind und es nicht heißt, nach dem Krieg ist vor dem Krieg oder nach der Wahl, nach dem Wahlkampf ist vor dem Wahlkampf. Das ist unglaublich ermüdend für uns. Menschen sind für Dauerkampf, Dauerstreit, Dauerkrieg einfach nicht gemacht. Selbst die streitlustigsten von uns. Irgendwann wird jeder müde und ich warte ja immer auf den Moment, dass andere ähnlich Kampfes müde werden wie ich selber. Weil das ist meines Erachtens, was den Griechen passiert ist. Griechen waren unglaublich streitlustig und streitsüchtig. Unglaublich. Sie waren unglaublich kampfgewohnt, sie waren unglaublich agonal, sie waren unglaublich eristisch. Das waren keine friedlichen Leute, die diese Staatsform erfunden hat, die dann irgendwann rückblickend Demokratie genannt wurde, wobei die Begriffsprägung Demokratie eben hoch problematisch ist. Aber auf jeden Fall, das, was die da erfunden haben in der Antike, mit dem Losverfahren und so weiter, war die Erfindung verzweifelter, sehr streitsüchtiger, verzweifelter Menschen. Und da können wir uns mal an die eigene Nase fassen und uns mal fragen, ob wir nicht heute auch sehr verzweifelte, sehr streitsüchtige Menschen sind. Und wenn wir es sind, dann ist die Lösung, die die Antike gefunden hat, zur Selbstbefriedung, also zur Befriedung der internen Verhältnisse von politischen Gemeinwesen hochgradig interessant für uns. Ein sehr, sehr vielversprechender Ansatz auch für uns heute, obwohl wir ganz andere Bedingungen haben, obwohl wir unendlich viel mehr Menschen sind und obwohl wir das wahrscheinlich auch im Ansatz von Anfang an ganz anders machen werden als die Griechen, indem wir eben auch ganz andere Menschen beteiligen, die für die Griechen undenkbar gewesen wären, zu beteiligen. Und noch einiges andere mehr, was wir von Anfang an anders machen würden, wenn wir eben anfangen zu losen. Und zwar verfassungsmäßig, regulär, im Normalbetrieb der Politik. So meine komische Denke über den Begriff oder die Bezeichnung Demokratie. Wie gesagt, man kann echt alles, alles an diesem Video an jeder Stelle in Frage stellen, mit guten Gründen, das ist mir voll bewusst, wie hoch problematisch meine Ausführungen sind. Ich kann nur immer wieder darauf verweisen, meine Hauptquellen sind eben David von Rehbruck, dieser belgische Historiker und eben der deutsche Altgeschichtler Christian Mayer, dessen Bücher ich wirklich durchgearbeitet habe, mehrfach, also es sind drei, die Entstehung des Politischen bei den Griechen, Athen heißt das zweite Buch und das dritte Buch heißt Kultur um der Freiheit willen, die habe ich echt durchgeackert und das ist halt, wie ich zu diesen merkwürdigen Ansichten gekommen bin. Wobei mir das Erstaunen von Christian Mayer darüber, dass wir das heute Demokratie nennen und das damals Demokratie nennen halt wirklich zu denken gegeben hat. Das sagt ein relativ nüchterner Historiker, schaut sich halt die beiden Formen an und sagt, ist eigentlich komisch, dass wir beides Demokratie nennen. Da könnte Mensch drüber nachdenken. Und bei allem, was man gegen Christian Mayer auch sagen kann, er ist kein Ideologe, Dogmatiker oder Demagoge wie ich. Also er ist ein relativ nüchterner Typ, der wirklich Wissenschaftler war. Ich bin kein Wissenschaftler. Ich bin halt jemand, der Veränderung will und zwar, der sich einbildet, einen Weg zu Verbesserungen zu kennen. Im Zuge dessen dann eben der Demokratiebegriff hoch fragwürdig und hoch problematisch wird, wie wir ihn derzeit verwenden. Bis dahin gehend, dass ich zu der Feststellung komme, wenn wir Demokratie positiv verwenden, als erstrebenswertes Gut betrachten, genau dann müssten wir eigentlich heute sagen, dass wir derzeit noch nicht in einer Demokratie leben. Dass wir vielleicht in einer Demokratie leben könnten, dass wir eine Demokratie schaffen können, gemeinsam, aber dass wir uns nüchtern dazu bekennen, derzeit einfach noch keine Demokraten zu sein. So schade das ist, so schmerzhaft das ist, aber das wäre dann die Konsequenz, wenn Demokratie etwas Positives wäre. Und damit würden wir halt aussteigen aus dem Diskurs, der sagt, die Demokratie ist in der Krise. Nein, unser derzeitiges undemokratisches System ist in der Krise und was die Lösung wäre, wäre Demokratisierung. Die Demokratie ist die Lösung, nicht das Problem. So sehe ich die Dinge und ich weiß, es ist problematisch, aber besser kann ich mir nicht helfen, als wie ich es hier in diesem merkwürdigen Video gerade probiert habe. Ceterum Censio, Isonomiam esse sortiendam. Im Übrigen bin ich der Meinung, dass die Demokratie, dass die Isonomie gelost werden muss. Ich bin ehemalig. Ich bin ehemalig. Ich bin ehemalig. Vielen Dank.